Hallo und herzlich willkommen zu den Hunger Games. Ich spiele heute Han im Korb und habe dabei jede Menge Frauen. Als erstes die Lena, die Ducantra. Dann die Sunny Cologne. Die Ria. Hallo und die Sylvia. Wir spielen heute nicht Jungs gegen Mädchen. Warum nicht? Das finde ich unfair. Das ist für uns, oder? Für euch, ja. Das ist unfair für euch. Ihr habt keine Chance halt. Naja. Jeder gegen jeden. Süß, dass ihr uns kennt. Ja, mich kennen ja so einige. Zwei kleine Creeper, Lena. Die kannst du mal singen. Jetzt? Ganz bestimmt nicht. Nee, er stand grad da, aber der kennt sich dann wirklich. Die gehen nachts im Dunkeln, man hört den einen zu den anderen munkeln. Ich glaube, du hast dir die Folge angeguckt. Nee, du hast dir die Folge angeguckt. Nee, du hast dir das nicht, oder? Aus der WG? Ja, doch. Bestimmt. Ich hab sie nachts... Also, ich hab alle geholkt, aber... Ich geh'n des Nachts im Dunkeln. Man hört den einen zu dem anderen munkeln. Warum gehen wir denn immer nur des Nachts herum? Irkennst du das. Wenn es nur schon heller wär? Wieso kann ich eigentlich schon gehen? Ja, konnte ich auch gerade. Es leckt wie so ein Eumel. Ich krieg schon wieder keine Kiste, das ist unglaublich. Ich auch nicht. Gott, nur Lederhahnis. Ich hab die Pilzsuche gekriegt. Wow. Das ist lecker. Aber auch wahrscheinlich nur, weil die jemand anderes drin gelassen hatten. Ja, wer will schon sowas? Äh, ich bin einmal verhungert, weil ich nichts zu essen hatte, also von daher. Also ich hab zwei Steak. Ich kann euch steaken. Gesteaks. Du bist gestaked. Du vorher verhungere ich lieber. Oh, Entschuldigung, dachte du warst der andere der gerade da war, weißt du? Ich wollte, dass du schneller vorwärts kommst. Ja, das kann man auch nennen. Die hier oben die Kiste sind da drin. Was, wo gehst du die Kiste? Hier oben ist einer oben. Wieso warst du schneller hier oben? Ist das immer so? Ja. Ja. Ja, die Kisten sind immer an der gleichen Stelle. Auf dem Server, ja. Ich hab voll die Vorurteilung. Ich hab voll die Vorurteilung. Aber wir haben eh nur gebraten Hähnchen. Lena, wir rüsten uns immer gegenseitig mit aus. Das ist... Das geht schon. Ich sag's euch, ich verhungere bevor ich das esse. Ich hab noch was hier. Änderes braucht. Ich hab noch rohe Fisch und rohes Hähnchen, Lena. Wir sammeln Äpfel und so'n Zeug für Lena. Sehr nett. Lena, die ist jetzt nur noch Äpfel. Notfalls trete ich meine Pilze ab. Also ich hab schon mein Holzschwert und drei Äpfel und zwei rohe Fische. Die Äpfel sind für Lena. Ja, kann ich erleben. Das ist für mich nichts mehr. Ich hab die Kiste lang geleert. Ich hab die gerade schon geleert. Äh, Lena, wo bist du? Dann geb ich dir die Äpfel. Hm? Dann geb ich dir gerade die Äpfel. Hier ist sie. Hier ist sie. Hast du drei Äpfel? Nee, danke schön. Bitteschön. Süße. Was hat das Alex da mitreffen? Damit hau ich dann die Leute. Ich glaub, Sylvia muss uns beschützen. Ah, ich hab einen Apfel. Ich hab sogar... Ja, sie haut einmal drauf, kommt ein Apfel raus, ne? Am Apfel-Ernten. Ich glaub, die Beute können wir Apfel-Ernte nennen. Ich hab da schon mal in einer Folge gemacht. Ich krieg Setzlinge, aber keine Äpfel. Ja. Vielleicht sollten wir lieber nach nem Schwert ansuchen, oder? Ja. Ich hab schon eins. Ich hab da noch ne Folge, die heißt Eingelocht. Die kam bei mir doch gestern, oder? Achtung, hinter uns! Was, wo? Äh, der lockt. Irgendwie noch fein. Ich hab noch nen Schwert, ne? Lena! Ein Killen doch! Ich hab kein Schwert. Boah, hast du ein Schwert oder zwei Schwert, Sylvia? Ich hab zwei, aber ich muss grad was essen. Wo bist du denn jetzt? Ich wollte ihn hier oben aus dem Tor. Hm? Ja, ja. Dann springen wir jetzt wieder runter. Okay. Ich hab drei Sitzlinge. Dann musst du Sylvia vorlassen, die hat ein Schwert. Ja, die hat ja noch eins. Ja, ich hab zwei mittlerweile. Wo bist du denn jetzt? Wo kommst du denn runter wieder? Ich komm jetzt grad hier runter. Ja. Ja. Da. Schmeiß mal eins hin. Danke. Und Essen hab ich, äh, drei gebratene Hähnchen. Zwei, zwei, zwei. Kannst du mir ein Essen geben? Ja, klar. Dankeschön. Bitte. Hab ich grad gelesen, am 13. November kommt der neue Film raus. Wer war der Film? Ja, Hangar Games. Äh, Junge, da kommt das an. Hangar Games. Hangar Games. Wann? Am welchen? 13. November. Aua. Ist ja noch, ist ja noch ein bisschen hin. Jo, ist ja klar. Ist ja meistens um die Jahreszeit. Hangar Games. Hangar Games. Dann gibt's bestimmt auch wieder ein neues Plugin irgendwann. Dann zum zweiten Teil. Ne, es fällt immer so lebe hier. Ähm. Meinst du? Im Zug ist es in der Kiste, ne? Bleibt immer dasselbe, man sieht's an dem anderen Server, ne? Bleibt immer dasselbe. Da ist schon wieder dieser andere Typ. Wo denn? Äh. Hier hinten. Wo wir grad weggelaufen sind. Hier ist doch ne Kiste irgendwo gewesen im Kopf. Richtig schnell. Zu hoch muss irgendwo noch eine sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich dachte du warst da drin. Ne, ich war auf dem Flug. Au! Au, der haut mich, der haut mich. Geh weg 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 weg. Wo bist du, wo bist du? Warte ich guck mal. Ich bin am Fluss. Richtung Eisenbahn. Okay. Ja. Das war's für mich. Na toll. Schon wieder so kurz hoch. Da ist er. Da ist sein Gegner. Ich seh ihn. Da ist kein Problem. Ja. Ist kein Problem. Da unten. Hö. Ich hab ein Schwert. Wer auch immer mir das verursachen hat. Achso. Ja, pech gehabt. Du hast jetzt noch eins. Was braucht ihr noch? Ausrüstung. Ich hab ja noch einen Helm. Schuhe. Hose. Brust. Nimm du Lena. Schuhe. Noch mehr Schuhe. Schuhe hab ich, aber nimm du mal. Ja, sah jetzt ja ekelhaft aus. Ja, das stimmt allerdings. So, jetzt sehen wir schon besser aus. Sexy. Ja. Ich hab jetzt noch zwei Paar Schuhe. Ist eklig. Boah, das Skinder ist echt eklig. Hat sich mal einen Steinschenten? Ne, nur Holz, ne. Gut, weiter gehts. Was ist denn das Club? Ach, das sind schon Platz da, wo man hoch muss. Das ist, boah. Boah, das hab ich nie gehingelt. Ich meine, paar Versuche bei Saskia waren auch nicht sehr erfolgreich. Hier sind lauter... Die haben hier ja Skins. Boah. Mach, 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 mach. Der andere sieht aus... Weiß nicht, ist das ein Akmus-Skin, der eine da? Wie so. Also das da oben sieht aus, als ob er irgendwie bei 300 Kilometer gegen die Wand gefahren wäre. Ja, das auf jeden Fall. Ach, ekel. Seid ihr auch hinter mir? Ja. Lena kann mithalten. Nein, der sah aus ihnen ab. Noch. Was heißt denn noch? Wie lange sind meine Aufnahme geworden? Ich hab dich auch schon verloren. Esse. Mach das. Ich hab was gefunden. Ne Käppi. Die lag hier rum. Okay. Oh, ganze 6 Minuten hier. Wo bist du jetzt? Da. 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 Ich war schon weit. Ich war schon weit. Ich hab euch nicht mehr gesehen und bin wieder zurückgekommen. Kann man die Folge jetzt schon hochladen? Oder ist sie noch zu kurz? Ich meine, es ist nur zu kurz. Hat jemand Pfeile von euch? Nein. Nein, gut. Hast du etwa einen Bogen? Ja. Okay. Dann weiß ich Bescheid, falls ich Pfeile finde. Pfeile kriege. Bum. Am Ende wirst du noch erschossen. Das kann passieren. Wir haben mal in der Mitte gucken, ob da jemand ist. Wird's bald Nacht? Ah, ne noch nicht. Warum läufst du ohne Schwert rum? Hm? Weil ich gerade was gegessen hatte. Und da einfach nur noch das Fleisch in der Hand hatte. Wo ist der Flughafen? Gehen wir mal in die Richtung, oder? Da muss doch der Flughafen sein. Ähm, welche Richtung? Ich hab euch ja irgendwie verloren. Egal. Na, auf der Minimap nach, ähm, Osten. Nie ohne in die Richtung. Da ist einer. Nie ohne Socken wandern. Oder nie ohne Seife, wahrscheinlich gibt's auch. Da kommst du? Jo. Jo. Wo ist er denn jetzt, hä? Ich hab mich gerade hingeportet. Wo ist er denn hin? Das ist auch so logisch. Schreib dir jemanden im Chat bitte lächeln. Siehst du ihn, Nina? Ich seh ihn nicht mehr. Siehst du ihn? Nee. Was denn? Das hier ist tot. Warum? Du warst ja auch hinter uns, oder? Ja, aber die kamen zu zweit von hinten. Denn der, der mich getötet hat, ist mit dieser Toilette im Team. Wie war's denn? Wie ist es? Wie war's denn? Wie ist es? Ja. Küche essen. Was anderes hab ich nicht. Das ist halt auch lecker. Aber ja noch zwei Paar Schuhe, die können wir auch essen. Ja, lecker. Zwei Paar Schuhe. Ja, lieber Appetit. Leder. Leder. Und die Amis essen ja auch Schweinehaus und so'n Scheiß. Käse Schuhe. Die. Ihr könnt ja Pilze drin züchten. Ja. Genau. Das machen wir. Die. Oh man, Ria. Okay. Na gut, dass ich seit viereinhalb Monaten kein Fleisch mehr esse. Das macht Lea schon ein bisschen länger. Hier war ich doch grad schon mal. Warum wird's in dem Eck schon wieder so voll... Ah ne, er ist runtergesprungen. Gut. Wirst du mal irgendwann nach dir? Ja. Lass mal in die Mitte laufen. Werden gleich die Kisten restockt. Da stehen sie in der Mitte. Wenn ich Pfeile hätte. Ja, komm. Die sind zu zweit. Ja, wir doch auch. Ich bin schlecht. Ach, das schafft der schon. Du lebst länger als wir. Ich nehm einen goldenen Apfelwasser und dann geht's los. Ah, siehste, dann hau ich dich noch. So, gewonnen wir beide. Siehste, geht doch. Wer ist das? Egal ob wir zu zweit waren oder sonst irgendwas. Das war ja easy. Sind wir jetzt noch die letzten beiden oder gucken wir auf den Plan einer? Äh, noch drei mit euch. Noch drei? Einer lebt noch. Okay. Dann warten wir einfach hier. Ne, noch drei zusätzliche Leber. Ihr beide und noch drei. Echt? So viele noch? Ja. Brauchst du noch was zum Anziehen, Lena? Nö, ein Apfel wär cool. Hier. Drei Stück. Ich hab noch genug Fleisch. Und Suppenschlüssel. Hier, jetzt zieh mal die goldene Hose an. Die ist besser als die leder Hose. Das sieht ja toll aus. Muss man jetzt hier rumstehen. Ich krieg Angst. Wir warten, dass die Kisten wieder aufgefüllt werden. Und wann werden die wieder aufgefüllt? Da steht unten im Chef dran. Da steht da Chefs Restocked. Ja, ja, ja. Die Beine wurden doch grad gut fertig gemacht. Da oben steht noch jemand. Wo? Da, ja, ja. Kann er ja. Zwei. Zwei, ja. Ich brauch Pfeile unbedingt, dann würden wir die fertig machen können. Da hinter uns ist auch noch einer. Guck mal da. In der Ecke. Gehen wir zuerst zu dem. Der auch drüber zu den anderen. Der auch nach oben. Geh weg, geh weg. Lass ihn hoch, lass ihn hoch, lass ihn hoch. Ja super, jetzt sind die zu dritt. Nein, die sind ja nicht zu dritt. Die beiden sind ja auch gegen den. Chestry Stoke. Ich brauch Pfeile. Guck mal, ob irgendwo Pfeile drin sind. Pass auf, die kommen runter, ne? Pass auf, dass sie dich nicht erschlagen. Was haben wir denn noch? Hä? Geh weg da. Du blödmann. Timinator. Ja, ich will hier lesen. Es steht mit seinem Namen im Weg. Keine Pfeile. Timinator, Dark, irgendwas. Maximilian. Ja, eine ist noch drin. Wo ist er? Ja, der ist... Der Schatz ist noch ein Kiminator und Dark. Und sie sind hier ein langes Rad-E-Fur. Daumen hoch. Hier läuft einer rum. Der hat mal den Kopf. Oh nein! Lena, du bist alleine. Oh nein. Ich bin in ein Loch gefallen. Ich seheRetzun-Leitungen. Ich seheRetzun-Leitungen. Oh man Alex, du hast auch mit Löchern. In das Loch bin ich noch nie reingefallen. Das ist nochmal was Neues. Was ist das Loch? Ich hab ne Ender-Paret, ich komm wieder raus. warte ich depp natürlich in der perle ohne ende bist du noch am leben ja ich bin wieder draußen ja ja ich bin wieder in der mitte gott hilfe wo bist du denn naja ich bin in der nacht gerannt wo soll ich denn auch dann in der mitte rum ja ja ich bin ja ich bin da reingefallen in das loch fast wieder reingejumpt ich hab noch drei in der perle und jetzt sind wir da hoch und das sind wir sind jetzt die letzten vier wo sind hier hingerannt da oben wo die minator bei dem 90 und da 97x hilfe ich renne zur seite alex ja musst du in die seite richtung drücken wo du hin rennst laufback wo bist du denn jetzt wo die haben pfeile cool wo bist du aua wo bist du lena komm her bevor die dich umbringen wo bist du denn ich bin runtergefallen hier brennt irgendwer runtergefallen wo in die mitte achso kommst du wieder hoch ja dann hau mal den terminator ich wollte mich umziehen gerade noch und dann wusste ich nicht dass er jetzt kommt einfach du kannst aber hau ihn hau ihn tot ja witzig ich seh ja nix ihr steht ja beide immer noch genauso da wie die ganze zeit dann hau einfach weiter ich hau einfach die west ist mir gewinnt spannende weste mit einem pfeil bei mir passiert überhaupt nichts du bist tot in unterbrochen du bist tot tschüss tschüss